Werdet reich! Euer Auftrag ist es, ein mehr als beträchtliches. Werdet reich! Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. 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 Ihr verdient Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst ein wenig steigern können. Nein. Ah! 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 Oh! Ah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh Eure Bettler kehren zurück. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Hat jemand unsere Ehre befleckt? Nur unter Protest? Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Eure Bettler kehren zurück. Ehre über alles. Was ist das? Das war's für heute. Ihr könnt euch nun für einige Zeit auf Wanderschaft begeben, um einen noch ehrenvolleren Meistergrad als Gauklerin zu erlangen. Geil, Geil, Geil! Ich eile. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird Euch das Recht verlieren, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Taschenspielerin. Es ist Euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Das Vagabundenlager. Gezeichnet der Wahrsagerverband. Gratulation! Ihr habt Eure Fähigkeiten im Talent verhandeln, ein wenig steigern können. Übt nachgiebig weiter. Dann werdet Ihr bald eine signifikante Verbesserung spüren. Abonniertelgepinne! 8.8 Uhr Dimmartelgepinne! 7.14 Uhr Dimmartelgepinne! Oh 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 Eure Bettler kehren zurück Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen Eine Erweiterung an einem Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt Oh 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 Einer eurer Untergebenen hat sich bei seiner Arbeit ver... Es wird geschehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihr könnt nun das Bürgerrecht erwerben Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eure Bettler kehren zurück Herzlichen Glückwunsch! Nach reiflicher Überlegung und in Anbetracht eurer Spende haben wir entschieden, dass ihr von nun an folgenden Titel führen dürft Eine Hochzeit findet statt! Eine Hochzeit findet statt! Eine Hochzeit! Eine Hochzeit! Eine Hochzeit! Der Papst hat heuer sein Leben ausgehaucht Die Gläubigen der Welt trauern und klagen Die Gläubigen der Welt trauern und schlauern und schlauern und schlauern und schlauern. Die Gläubigen der Welt trauern und schlauern und schlauern und schlauern und schlauern und schlauern. Der Papst ist tot! Lang lebe der Papst! In einem eurer Betriebe fehlen Rohstoffe! Ah! Wie ihr meint! Eure Bettler kehren zurück! Es wird geschehen! Die Gläubigen der Welt trauern und schlauern und schlauern und schlauern und schlauern. Die Gläubigen der Welt trauern und schlauern und schlauern und schlauern und schlauern. Die Gläubigen der Welt trauern und schlauern und schlauern und schlauern und schlauern und schlauern. Die Gläubigen der Welt trauern und schlauern und schlauern und schlauern und schlauern und schlauern und schlauern. Die Gläubigen der Welt trauern und schlauern und schlauern und schlauern und schlauern und schlauern. Die Gläubigen der Welt trauern und schlauern und schlauern und schlauern. Das war's für heute. In einem eurer Betriebe fehlen Rohstoffe. Gratulation, ihr habt eure Fähigkeiten im Talent verhandeln, ein wenig steigern können. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Ich stehe euch zur Verfassung. Was gibt es zu tun? Eure Bettler kehren zurück. Ihr könnt euch nun für einige Zeit auf Wanderschaft begeben, um einen noch ehrenvolleren Meistergrad als Gauklerin zu erlangen. Eine Hochzeit findet statt. Eine Hochzeit findet statt. Eine Hochzeit findet statt. Eine Hochzeit findet statt. Ah ! Ah! Herzlichen Glückwunsch! Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verlieren, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Gauklerin. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Das Vagabundenlager und das Gauklerlager, gezeichnet der Wahrsagerverband. Eure Bettler kehren zurück. Einer eurer Untergebenen hat sich bei seiner Arbeit verletzt. Eure Bettler kehren zurück. Eure Bettler Eure Bettler Eure Bettler Eure Bettler I In einem eurer Betriebe fehlen Rohstoffe. Eure Bettler kehren zurück. Wie kann ich euch behilflich sein? Wie kann ich euch behilflich sein? Wie kann ich euch behilflich sein? Ehre über alles, eure Männlager geht um zurück. Eine Hochzeit findet statt. Eine Hochzeit findet statt, eine Hochzeit befindet und Spergen. Oh! Oh! Der Papst hat euer sein Leben ausgehaucht. Die Gläubigen der Welt trauern und klagen. Euch und nur euch die besten Wünsche. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst durch die Lektüre des Buchs über Produktionsdauern gesteigert. Eure Fähigkeit ist nun mäßig und immer noch verbesserungswürdig. Der Papst ist tot. Lang lebe der Papst. Eure Bettler kehren zurück. Ist die Feder ausgerufen? Eure Bettler. Eure Bettler. Eure Bettlers. Eure Bettler. Das war's für heute. Es wird geschickt. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen, Patrizierin. Eure Bettler kehren zurück. Eure Bettler Eure Bettler Eure Bettler Das war's für heute. Ihr verdient Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst ein wenig steigern können. Übt euch weiter im Handwerk, dann werdet ihr bald eine markante Verbesserung spüren. Um, 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 um. Eure Bettler kehren zurück. Ehre über alles. Einer eurer Untergebenen hat sich bei seiner Arbeit verletzt. Eure Bettler Wow! 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 Ah! 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 Mir aus. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Patrizierin. Das Gebäude... ...eure Bettler kehren zurück. ...eure Bettler kehren zurück. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Wunderbare Neu... Wunderbare Neu... Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ihr könnt euch nun für einige Zeit auf Wanderschaft begeben, um einen noch ehrenvolleren Meistergrad als Gauklerin zu erlangen. Euch und nur euch die besten Wünsche. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst durch die Lektüre des Buchs über Produktionsdauern gesteigert. Eure Fähigkeit ist okay. Eure Fähigkeit ist okay. Eure Fähigkeit ist okay. Eure Fähigkeit ist okay. Ihr seid Schaustellerin. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Das Vagabundenlager und das Gauklerlager gezeichnet der Wahrsagerverband. Eure Bettler kehren zurück. Eure Fähigkeit ist okay. Was ist das? Ah ! Ah ah ! Was ist das? Was ist das? Man spielt euch übel mit. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Eure Bettler kehren zurück. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Patrizia. Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Patrizia. 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 Herzlichen Glückwunsch, ihr habt eine Tochter geboren. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen, Patricia. Einer eurer Untergebenen hat sich bei seiner Arbeit verliehen. Eurer Bettler kehren zurück. Hmmm ? Er ist im Weg, ich glaube, ich habe die Briebe auf dem Weg. Und jetzt ist der Kuss wieder, dass es sie am Besuch für ein Untertitel ist. Soll ich es nicht! Das ist die Briebe auf meiner Beine, die Briebe aufzuhören. Und jetzt ist er die Briebe auf der eatenen Die Briebe auf der Angelegenheit. Der Kuss ist erinnert. Der Kuss ist erinnert. Da hast du eine Briebe auf der Kuss ist erinnert. In einem eurer Betriebe fehlen Rohstoffe. Eure Bettler kehren zurück. Hat jemand unsere Ehre befleckt? Ja, gut. Gerade ist eines eurer Gebäude um eine Stufe aufgewertet worden. Ihr verdient Anerkennung. Der kaiserliche Herold verkündet, in unserer unendlichen Gnade haben wir entschieden und verfügt, dass ihr von nun an den folgenden Titel tragen dürft. Patrizierin. Eure Bettler kehren zurück. Eure Bettler kehren zurück. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen, Patrizierin. Eure Bettler. Eure Bettler. Der Kaiser hat heuer sein Leben ausgehaucht. Das ganze Reich trauert um seinen Herrscher. Eure Bettler. Eure Bettler. Eure Bettler. Eure Bettler. Eure Bettler. Eure Bettler. Oh Der Kaiser ist tot, lang lebe der Kaiser Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt Eure Bettler kehren zurück Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt Eine Erweiterung an einem... ... 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 Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verlieren, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Artistin. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Das Vagabundenlager, das Gauklerlager und das Schaustellerlager. Gezeichnet, der Wahrsagerverband. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eure Fähigkeiten im Verhandeln durch die Lektüre des Buchs übers Ohr gehauen leicht gemacht verbessert. Eure Fähigkeit ist okay. Möchtet, der Wettgeschwindende Wildgeierlager wird Nate Was ist das? Ah! ... I can't believe that I have lost. I have lost... ... ... Was ist das? Was ist das? Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Die Pest ist in der Stadt. Nun bleibt uns nichts als beten. Eure Detleer kehren zurück. Ehre über alles. Die Pest ist in der Stadt. Man spielt euch übel mit. Die Pest ist in der Stadt. 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 Eure Bettler kehren zurück. Die Pest ist in der Stadt. Was ist das? Wird erledigt. 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 Was soll das schon bringen? Eine Hochzeit findet statt. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. Ihr verdient Anerkennung. Ihr habt eure fertige... Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Ich verstehe. Ich bin ein Gehe. 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 Das war's. Willkommen. Wenn ihr etwas kaufen wollt, kommt doch näher. Das war's. Das war's. Das war's. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Patrizia. Jau. Eure Bettler kehren zurück. Puh. Der Papst hat heuer sein Leben ausgehaucht. Die Gläubigen der Welt. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verlieren, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Illusionistin. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Das Vagabundenlager, das Gauklerlager und das Schaustelllager. Gezeichnet der Wahrsagerverband. Man spielt euch übel mit. Die Gläubigen der Welt. Die Gläubigen der Welt. Eure Bettler kehren zurück. Eine Erweiterung in einem Eurergebäude wurde hinzugefügt. Eine Erweiterung in einem Eurergebäude wurde hinzugefügt. Einer eurer Konkurrenten hat ein neues Gebäude errichtet. Die Gläubigen der Welt. Die Gläubigen der Welt. Die Gläubigen der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 zurück. Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. Einer eurer Konkurrenten hat ein neues. Die Reparatur eines eurer Konkurrenten hat ein neues. Eure Bettler kehren zurück. 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 Ein Mitglied eurer Dynastie ist heute leider verstorben. Eure Bettler kehren. Euer Detleer Kehrem zurück! Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Der Papst ist tot! Lang le... Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude des Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude des Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Die Grenzen wurde um eine Stufe aufgewertet. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Eure Bettler kehren zu. Erweiterung an einem eurer Gebäude. 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 Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Edelfrau. Erweiterung an einem eurer Gebäude. Erweiterung an einem eurer Gebäude. Einer eurer Konkurrenten hat ein neues Gebäude errichtet. Feuer! In der Stadt brennt es! Hat jemand unsere Ehre befleckt? Erweiterung an einem eurer Gebäude. Erweiterung an einem eurer Gebäude. Erweiterung an einem eurer Gebäude. Erweiterung an einem eurer Gebäude Der Brand ist erfolgreich gelöscht worden, möge unsere Stadt in Zukunft verschont bleiben. Okay. Einst tanzten früh im Morgenglanz ringsherum im Kreise. Drei toten Weiber einen Tanz und sangen diese Weise. Was fliegt, was einst am Mond beschien, wie fliegt es in die Ferne? Wie fliegt es hoch und überhin, dorthin zum Mond und Sterne? Auch wenn der einst dein Herz zerbricht und dem Odem wirst du ledig. Mit Gott im Himmel hadre nicht, denn er allein, er ist dir gnädig. Musik 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 Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Eure Bettler kehren zurück. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe... Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Euch und nur Euch die besten Wünsche. Ihr habt Eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst durch die Lektüre des Buchs über Produktionsdauern gesteigert. Ihr seid jetzt ziemlich gut. Eure Bettler kehren zurück. Musik Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mama! Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewählt. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ihr seid der Meister... Gerade ist eines eurer Gebäude um eine Stufe aufgewertet worden. Es nähert sich auf knarrender Diele, ein alter Schatten der Kinderwiege. Du meine Güte, wer mag das sein? Was tut er nur dem Kindelein? Ist es ein Gauner, der durchs Fenster kam, oder gar der grimme Sensenmann? Mit knöchernen Fingern greift er danach. Oh nein, oh nein, welch Schmach, welch Schmach! Die Mutter greift zum Besenstiel und schlägt hart zu, der Schatten fiel. Das Kind ist gerettet, doch kummervoll. Es war nur die Oma, die helfen soll. Schmach Das war's für heute. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Eure Bettler kehren zurück. Man spielt euch übel mit. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen, Edelmann. Eure Bettler kehren zurück. Mögen die Ahnen mit mir sein. 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 Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Mögen die Ahnen mit mir sein. 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 Und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eure Bettler kehren zurück Wie kann ich euch behilflich sein? Ich eile! Ihr seid der Meister! Ihr seid der Meister! Ich eile! Ich eile! Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Gerade ist eines eurer Gebäude um eine Stufe aufgewertet worden. Wer reitet so spät im Mondenschein? Es ist der Henker mit einem Schwein! Warum denn nur? Was wird's denn sein? Er reitet geschwind! Er will schnell heim! Warum trägt der Henker denn nun ein Schwein? Ich weiss es nicht! Es ist der Heim! Man spielt euch übel mit! Er ist der Heim! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt 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 Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt Der Kaiserliche Herold verkündet In unserer unendlichen Gnade haben wir entschieden und verfügt dass ihr von nun an den folgenden Titel tragen dürft Edelfrau Ein neuer Arbeiter kommt zu euch Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt Eurer Wettler kehren zurück Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen Einer eurer Untergebenen ist heute leider verstorben Ein neuer Arbeiter kommt zu euch Eurer Wettler kehren zurück Wenn ihr das sagt Für was braucht ihr mich? Eurer Wettler kehren zurück Wie kann ich euch behilflich sein? Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt 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 Wer Knechte schlägt und Kinderhaut Der trinkt auch das, was Guntram braut Denn dieser Wirt, ich sag's euch ehrlich, ist als Brauherr nicht ungefährlich Und auch sein Brei vermag nicht zu entzöcken Denn wer ihn probiert, will sich schleunigst verdrücken Und wer einst sein Bier in der Schenke gezächt Der kehrt niemals wieder Ihm wird davon schlecht Und auch der Schnaps ist ein letztes Gesauf Einmal getrunken macht er den gar aus Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertig gesteben Dann gehe zu Guntram Dann gehe zu Guntram Dann gehe zu Guntram Dann gehe zu Guntram Das war's für heute. Ihr verdient Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talenthandwerk. Ein. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Eure Bettler kehren zurück. Eure Bettler kehren zurück. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewehrt. Nö Messenger Anerkennung 였습니다. Anerkennung Jemand betraf Sonst Also gewinnen Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, gut. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Eure Bettler kehren zurück. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Wir haben heute einen Ratsherrn verhauen. Es war ein Versehen, doch geschah es ihm recht. Er kam aus einem Gasthaus gelaufen. Er hatte dort wieder gezecht. Er stolperte schwer und fiel auf einen Stein. Und als er uns sah, fing er an zu schreien. Siebe, Mörder, Halsabschneider, ich werde bedroht. Warum hilft mir denn keiner? Wir waren verdutzt, doch wie schon gesagt, antworteten wir ihm auf unsere Art. Die Tür flog auf und ein Schläger kam raus. Er senkte den Knüppel und ging lachend nach Haus. Er ist ein Ratsherrn. Achtung! wurde hinzugefügt. Eine Erweiterung in einem Mauergebäude wurde hinzugefügt. Eine Erweiterung in einem Mauergebäude wurde hinzugefügt. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Eure Bettler kehren zurück. Er ist eine Erweiterung. Eine Hochzeit findet statt. Einer eurer Konkurrenten hat ein neues Gebäude errichtet. Euch und nur Euch die besten Wünsche. Ihr habt Eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst durch die Lektüre des Buchs über Produktionsdauern gesteigert. Eure Fähigkeit ist nun mäßig und immer noch verbesserungswürdig. Eure Bettler kehren zurück. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude. Das war's für heute. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt euch zu früh nachgelungen, ein beträchtliches Vermögen anzuhäufen. Die Schatten voraus. Ach, ihr seid es. Ja, meine Liebe. Die Geschäfte mit unseren Handelspartnern verlaufen äußerst einträglich. Es freut mich, das zu hören. Was für ein schöner Abend. Vielleicht sollten wir diesen Sommer auf unseren französischen Gütern verbringen. Was meint ihr? Eine ganz ausgezeichnete Idee. Das war's für ein schöner Abend. 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 Bis zum nächsten Mal.